wir sind doch tot wir sind beim zelt lagern wir lagen auch schon am bunt denkt dran du musst über den berg laufen dann ich bleib einfach mal liegen vielleicht kann mich ja noch eine auf oder kann man jetzt doch von da außen laufen hat recht dann kann man hast du doch selber gesagt du läufst jetzt links warum ich rechts rum muss nur aufpassen dass ich hier nicht runterfalle ich habe gedacht es hilft euch wenn ich die weg ziehe weil die mir ja alle hinterher sind ja da waren aber noch 34 übrig die sind dann auf matthias gegangen dann konnte er mich nicht mehr hochhören vor allem an meine komplette rüstung war grad und liegt da einfach noch was jetzt bin ich da sind dann müssen wir kurz warten wo ich jetzt bin hier sind nur wildschweine im dorf ja da kannst du xp farben oder so wir sind beim zeltlager ist und dann rennt sie entweder links an der berg hätte vorbei oder halt rechts da wo matthias ist wie lust ist das denn wirklich nur wildschweine im dorf schon 500 xp 600 800 ja da kannst du leveln ohne ende aber will man das ja ja sagt er wir wollen jetzt hier das portal finishen komm matthias komm vielleicht wir noch den hauerkeiler platt machen sind es gleich da das lässt er fallen power keiler lässt auf eine waffe wir hatten legendär legendäre waffe getroppt echt ja wenn ich länger der lila sorry ach so dein verarscher legendäres ja jetzt jetzt eigentlich schon auf dem weg hier tatsache nach rechts nach rechts muss jetzt nach rechts zählen nach rechts so wir könnten da jetzt rein laufen matthias ja auch ich bin drinnen wie du bist schon drin ja sind noch 17 meter weg der jägermeister so und jetzt sollen wir einfach in die mitte laufen und da der mensch machen einfach die portal hätte ich kaputt gemacht wir können aber auch deine taktik machen jetzt erst alles typen bevor man aber das können wir versuchen jetzt erst mal deine taktik wenn wir was der sinn oft weniger werden und ich sag das wenn immer mehr und länger die da drin ist deswegen das ist ja ja die sporen da wahrscheinlich in der mitte denn lass doch da mal hingehen und das kommt auf das mittlere ding so ich bin schon wieder gleich dauernd ich bin tot da das sind aber auch viele gegner ja wir haben das mittlere ding noch nicht attackt jetzt stehe da ich habe drauf geschossen da hat er noch ja wir sind beide da und das problem ist jetzt kommen wir bei dem zeltlager glaube nicht mehr sparen oder vielleicht bin ich doch doch ich suche ich bin liegt ihr denn überhaupt da ich habe gewisse bund ach so ok jetzt bin ich auf boot wird einfach nur in der mitte laufen und darauf attacken dann schaffst du das denn rennen wir da mal rein dann probieren wir das jetzt noch einmal und dann brauche ich aber ab so wie der hier rumkriegt dann wird der nachher nochmal richtig wach wer wird wach na die nervensäge der hier immer rumstöhnt ach so und immer noch 4 0 oder 5 macht er ja richtig heftige geräusche auf immer ach ne so da bin ich ja mal entspannt war das hinbekommen vor allem ob wir jetzt überhaupt alle noch ne belohnung bekommen hm ja wenn wir alle auf das ding kloppen ja was ist ja nur noch das ding kaputt machen ja ja so ich habe schon mal ein holz rein gepackt wo willst du ein holz rein packt ach da jetzt weiß ich sie sehen ich packe alles rein siehst du siehst du ja der eisstulpen der blockiert noch das heldlager hä katze ich mach mal die katze tot alle rohstoffe einsetzen habe ich doch ja jetzt lol also es war echt die katze so ach so ich muss ja auch äh aktivieren ja ne so respawnpunkt aktiviert direkt am öl ziel ziehe euch nicht mehr ziele warte noch warte matthias warte warte du hast schon damage bekommen ich heil dich warte so und weiter so an den vorbei ja ja zwei hits hälfte hp wo ist es denn es geht neu los es geht neu los na toll ich bin down ich bin down ich kam da nicht mehr raus jetzt können wir deine taktik trotzdem machen weil sonst ja jetzt alles neue gegner ja aber wenn die eh immer wieder neu kommen dann macht doch meine taktik keinen sinn hm ja jetzt seid ihr bei einer dort was stehst du ach na denn wo kommen die mäuse du lebst noch oder was nein ich hab versucht wieder zu leben und bin dort ja ja und silo ist grad außerhalb gemutet oder ja jetzt hast du noch ein zeltlager gebaut ich hörst du ihn nicht mehr ich hab den zeltlager gebaut ich hörs du ihn nicht mehr ich hörs du ihn auch nicht aber ich hab das zeltlager nicht aktiviert ach so das das deshalb bin ich ja nochmal zurück gelaufen weißt du ja na gut denn würde ich sagen hören wir jetzt aber auf oder ja 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 war er dann nicht so erfolgreich heute ne ja 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 macht das schon natürlich ich weiß ich weiß was da los ist ich überlege aber gerade ob das so klug ist hier jetzt einfach auszulacken bei ich bin auf dem immerfall ausgelockt ja ich bleib schon hier oben wo sind ja dann die questinger noch eigentlich müsste ich ja nochmal zur stadt zurück Die Fraktionsquests abgeben Gut, Mikey Biss mal auf Arbeit Ciao, Sille, falls du uns noch hörst